Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden! Gezuchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Eine große Fahne! Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen! Es wurden viele Fehler gemacht. Seien Sie unabwecklich! Hälter! Die sogenannte Menschlichkeit. Die sogenannte Menschlichkeit. 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 Menschlichkeit.